Sie war so und der rote Klecks war so in der Mitte. Und dann habe ich abgemessen und es waren ungefähr 500 Kilometer auf 500 Kilometer. Fast so gut wie Deutschland. Unsere Leute gefahren. Wenn du dein Haus in der Gerade hast, dann kannst du nichts machen. Du kriegst ja normalerweise nicht mehr Versicherung. Ja. Weil in solchen Gegenden versichert sich ja niemand. Da ist ja keine Freie für mich da. Da lebt ja keiner da oben. Fiegt da das, oder was? Ja, ja. Für die Ewigkeit, Armin? Ich filme jetzt. Ja. 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 Die Strömung ist El Nino. Ja. Ja, aber ihr weißt, es gibt diese verschiedenen... Es gibt schon verschiedene, ja. Ja.